Musik Das ist eines der großartigsten Gefühle, Lebensgefühle, die man überhaupt haben kann, Adrenalin pur, wenn man dann durchs Ziel läuft. Also ein schöneres Gefühl als einen sportlichen Erfolg kann man kaum im Leben haben. Deswegen ermuntere ich auch die Kinder hier bei dem Innoji Schulstaffellauf, wenn wir dann bei den Veranstaltungen sind in den verschiedenen Städten, eben auf jeden Fall auch für ihre Persönlichkeitsentwicklung und für ihr Erlebnissport zu treiben. Eine Erfolgsstory kann man nicht anders sagen. Musik 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 Musik